...bewegen möchte, um sich zu erholen. Die Braunen darf auch, das sind auch Sehnsuchtsorte. Und das Weinviertel war vor wenigen Jahren, ich sage einmal vor 15 Jahren, war das Weinviertel noch so ein Sehnsuchtsort. Großflächig haben sich im Weinviertel Himmel und Erde berührt, das nennt man Horizont. Und da ist die Naturlandschaft in den Himmel übergegangen. Doch leider in den letzten 15 Jahren hat eine dramatische Veränderung des Horizonts stattgefunden. Wir haben, ich bin jetzt am Abend herausgefahren nach Bollsdorf, ich komme versüglich von Bollsdorf, und ich habe immer gesagt, ich bin in Ruhe, ich werde mal zu Hause. Rotblinkende Dichter, bergauf, bergauf, ich habe immer gesagt, wo bin ich da, ich so roh, oder? Der Ritterband, die Landschaft des östlichen Dreifels ist dramatisch, entsteht durch die Windkraftanlagen, wir finden keine Ruhe während des Tages durch die rotierenden Blätter, und in der Nacht mit den rotklingenden Lichtern findet eine technische Horizontverschmutzung statt, die die Landschaft entfürchtigt. Wir haben ein weiteres Problem, das Weinviertel, könnte vielfach genutzt werden, touristisch, zum Erholen für die Stadt Wien, für den Raum Rön, für den Raum Bratislava, aber durch diese Zerstörung, die im großen Maß voranschreitet, wird wahrscheinlich bald das Weinviertel zerstört. Und ein besonderes Problem gibt es, das Weinviertel ist ein flachhügeliges Land. Unser höchster Wert ist 492 Meter. Das ist der Buschberg, auch das älteste Landschaftsschutzgebiet, unser Durchschutzgebiet des Weinviertels, und jetzt sollen dort Windräder gebaut werden, die höher sind als der Buschberg. Was meinen Sie dazu? Danke.